Silicon Valley, auch so ein Mythos. Wir schützen euch die kleinen Aktien und Bullshit. Einlagen sind bis 250.000 Dollar gesichert. Hier werden sehr Vermögende, sehr reiche und große Institute abgesichert. Alle sind sicher. Oh please. Das hat Konsequenzen. Es ist nämlich die größte Bankenpleite seit 16 Jahren. Die zweitgrößte der US-Geschichte. Und es hat zwei von den Top 30 Banken gerade mal erwischt. Und es wird nicht der letzte Bailout sein.